Urheberrecht Picture Alliance DPA Das Telefon stand nicht mehr still, stundenlang saß Thomas Doll Mittwoch am Handy. Dutzende Anrufer wollten wissen, wie es nach fünf erfolgreichen Jahren zur Trennung von Ferrenvaros Budapest kam. Tags zuvor hatten der 52-Jährige und der Klub einen Schlussstrich gezogen. In der Mopo spricht Doll über die Gründe. Dieser eine Weg musste noch sein. Mittwochnachmittag verabschiedeten sich Doll und sein Assistent Ralf zum Dick von ihrer Mannschaft, da flors dann auch die eine oder andere Träne. Dieser Abschied tut mir weh, gibt Doll zu. Ich bin enttäuscht, dass es so zu Ende gehen musste, denn es war eine fantastische, sehr erfolgreiche Zeit. Eine Ära, die Doll als Tabellenführer beendet. Verrückt, das könnte sie auch interessieren. Bobic, ich hätte auch gerne zehn deutsche Spieler geholt. Wie kam es zum Bruch? Nachdem die Ungarn Mitte Juli gegen McKayby Telefon Aviv 1 zu 1, 0 zu 1, früh in der Europa League Qualifikation scheiterten, knirschte es gewaltig, obwohl Doll mit Ferren Varus 2016 Meister wurde und sie zu drei Pokalsiegen führte. Einige im Klub sind wohl etwas gierig geworden, mutmaß Doll, der die Kritik aber nicht teilen mag, wir haben immer viele Spieler abgeben müssen. Die neuen kamen zum Teil erst weit in der Vorbereitung. Da brauchst du Zeit und hast schlechte Karten, wenn du dich so früh in einer Saison für Europa qualifizieren willst. Dazu kommt, der Ex-Ukraine-Star Sergej Rebrov, 44, soll seit Wochen hintenrum an Dolls Stuhl gesägt haben. Am Mittwoch bekam ausgerechnet er Dolls Posten. Wie aber geht es für Ex-HSV-Star Doll weiter? Ich werde in Budapest bleiben, stellt er klar. Das bleibt erstmal mein Lebensmittelpunkt, grundsätzlich ist er aber bereit für Neues. Es wird der Tag kommen, an dem sich etwas ergibt, so Doll, der sich durch seine Zeit in Budapest eine gute Position auf dem Trängermarkt erarbeitet hat. Aber man muss vorsichtig sein, was so spekuliert wird, da ist auch gern mal Unsinn dabei, sagt Doll. Nach Mopo-Informationen ist allerdings verbrieft, dass der FC Basel Doll vor zwei Wochen im engsten Kandidatenkreis für die Nachfolge Raphael Vickies hatte. Auch Zweitligist Ingolstadt fragte in den Vorjahren zweimal bei Doll an. Der macht nun eine Pause und muss so einiges verdauen. Und soviel sei klar, Ferrenvaros bleibt als überragende Station in meinem Herzen, mehr auf MSN. Und soviel億 ist die Flams buffern, bis zum Schmuckλιiging und schmucklich Untertitelung. BR 2018